Wir haben jetzt Freitag den 6.10 Uhr und ich bin auf dem Weg Richtung Italien. Der erste Zwischenstock wird in Berchtesgaden sein. Da werde ich die Karten abklammen. Das habe ich mal auf einem Video gesehen und fand das ganz toll. Auch wenn das Wetter heute nicht so ganz toll ist, aber morgen, sagt der Wetterbericht, einen schönen Tag voraus. Also sonnig, wolkig und jedenfalls ohne Regen, dass die letzten Tage viel geregnet hat. Auch heute da noch viel regnet wird an den Alpen. Wird wohl morgen auch relativ viel Wasser in der Klamm sein, denke ich mal. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde heute Nacht auf einem Stellplatz an der Sprungschanze in Berchtesgaden übernachten. So ist es geplant, wenn da Platz ist, aber ich gehe davon aus, dass da Platz ist. Und werde dann morgen mit dem Fahrrad bis zum Eingang der Klamm fahren. Ich habe mein Fahrrad dabei, weil das ist doch ein Stück zu gehen und ich bin ja nicht so sehr gut zu Fuß. Aber Fahrrad fahren kann ich. An der linken Seite kann ich jetzt schon mal erkennen, dass da ziemlich hohe Berge sind. Also das ist so wirklich alt ein Vorland hier. Ich glaube, man kann das auf der Kamera noch nicht sehen, vor lauter Nebel und Regen. Hier kann man jetzt gleich ein bisschen erkennen. Aber hier geht es, glaube ich, links schon ganz schön hoch. Ah, da sieht man die Skisprungstratze. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das Ist gut. Das macht auch ganz schön. Okay. Das sieht jetzt nicht so sehr vertraut, aber gut aus hier. Die Sprung, Schatz, sieht schon toll aus, aber ich glaube, ich fand einen anderen Stellenplatz, das sie jetzt mit sein soll. Hier habe ich heute Nacht übernachtet. Das war heute Nacht schon gemütlich im Auto.